hey das lief ja viel besser als beim ersten mal ich muss jetzt bloß aufpassen auf das auch gestöhnen oder kommt sogar ja jetzt kommt ja nix nem rock cover rock 200 erfahrungspunkte und eine neue waffe eine ork waffe die eigentlich fast jeder ork trägt aber erstmal hier die ausnehmen krusch war rock davon finden wir auch noch reichliche waffen und das ist glaubt der erste zweihänder der sogar mehr schaden macht dann kämpfe ich doch lieber und dafür hätte ich jetzt schon der waffe oder zwei hand gelernt und der nächste ork jäger oder speer jäger kursch war rock der zweite ork so gibt es hier noch viecher ja natürlich nein jetzt sagt mir bitte nicht habe ich erwähnt dass ich schon kotzen könnte boah die orks ne ich will die hohe gardisten rüstung haben da habe ich schon mal mehr schutz aber nö ich muss eine lange zeit bei den gardisten mit dabei sein was doch ernsthaft ich habe ich habe mich schon gefragt ja genau ernsthaft ich habe mich schon gefragt warum auf einmal rüste es wird ein zauber ausgerüstet wo ich muss dringend haldrang reinwerfen die viecher machen schaden ohne ende deswegen will ich auch die starke gardisten rüstung haben 50 100 und jetzt noch nahrung so diesmal bin ich etwas schlauer hoffentlich speichern und wieder fast wieder was mit nemro cover rock von wegen steckt die waffe weg vor allem die orks führen diese zweihand waffen mit ein hand so der erste ork jetzt der zweite alter zwei schläge also nach vier schlägen bin ich tot ruht ab so gebratenes fleisch noch davon habe ich ja reichlich sehr schön so ein stückchen vor escape speichern jetzt heißt ab ja oder in diesem kapitel heißt es jetzt hat wirklich speichere früh und speichere oft man hatte gesehen wie schnell ich drauf gegangen bin was da unten los ist keine ahnung da hat gerade ein ork irgendwas angegriffen ich meinte unten seien zwei beißer und ein ork oder nur ein ork und ein beißer nein es war ein templar wahrscheinlich irgendwie so und wir kriegen dadurch auch eine neue waffe ich muss mal gucken ich glaube richtschwert leichte armbrust knochenbogen pfeile und bolzen schwarak es gibt ja noch weitere ork waffen so da ist zu da kommen wir nicht rein da heißt es einfach hier die winde betätigen schwarak es gibt nämlich es gibt es doch mal kruschwarak kruschpach krusch argasch und noch eine ork waffen namens krusch so speichert mit so vier verschiedene ork waffen und da gibt es noch ork shaman waffen aber die weiß ich jetzt alle nicht auswendig ich weiß nur noch kruschwarak, kruschpach, kruschgarak oder garnak so irgendwie was so eine riesige axt ist oder was heißt axt außer wie kruschwarak und dann noch arg oder argasch weiß ich gar nicht mehr so hundertprozentig der orkfriedhof hier wachsen überall diese pilze die höllenpilze und sklavenbrot also augen auf hier kann man reichlich essen abstauben und augen auf denn hier gibt es auch orks gut ein orkschpach gut ein orkschpach ah da hat er schon wieder kruschwarak da hat irgendjemand ein templar ausgerottet ich muss nur vorsichtig sein weil überall könnte irgendwo hinter einer ecke ein orkschpach vorklauern und ich will mich nicht schon wieder erschrecken mondschatten 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 und es gibt dafür auch noch ganz tolle sachen aber dafür braucht man etwas mehr zeit man kann hier hochklettern und man findet mumien und bei manchen mumien oder bei einigen findet man mana man findet verschiedene tränke gut es ist jetzt leider hier ein bisschen dunkel es tut mir leid hier findet man jetzt nichts dauert alles aber man findet da echt zum teil wertvolle tränke oder magie spruch rollen ich muss bloß auf meine schritte achten und hopp sklavenbrot höllenpilz noch ein höllenpilz noch ein höllenpilz und eine mumie mal gucken oh 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 tränke ein schalter ist hier so jetzt haben wir ein tor geöffnet und ich hoffe oh noch eine mumie ich werde gleich mal die fackel anzünden so und noch eine mumie die können wir leider nicht niederbrennen oder sonst irgendwie was ich bin mir nicht 100% sicher aber ich meine zu wissen wenn ich es noch richtig in erinnerung habe dass es Org mumien sind wie auch schon gesagt es sind ja auch auf einem Orgfriedhof und ich bin echt lebensmüde dass ich da einfach so rein spaziere oder was heißt rein spaziere hin spaziere amulett der kraft ich habe es gewusst extrakt heilen der kraft oder elixier heilen der kraft elixier heilen der kraft ok die geben nämlich gleich 100 punkte kurschwarak oder kurschwarak ich kann kein Orgisch so großartig feuersturm extrakt magischer energie hoch so ich dachte gerade schon was zum hänger so aber ich bin jetzt mal so gemein ach regende holzhaut haben wir noch dazu bekommen schutz vor pfeilen amulett der kraft lege ich noch an und wir haben jetzt glaube ich 80 stärke also wenn wir die sachen jetzt also 15 stärke punkte haben wir noch dazu bekommen ok ich weiß jetzt nicht ob es hierfür auch irgendwo einen schalter gibt und wenn ja dann ist der irgendwo versteckt oder man kommt an manchen sachen gar nicht ran sicher bin ich bei allerdings dicht dahinten ist ein Org ich speichere lieber mal falls der gleich auf einmal zugestürmt kommt vor allem finde ich es blöd dass der Protagonist nicht einfach schwert und fucken gleichzeitig heben kann das wurde zum glück ja im dritten teil behoben wenn man im dunkeln unterwegs ist aber trotzdem so Sklavenbrot und Mumien mal gucken was das so drin ist Essenz magische Energie hier ist nichts drin ne das war nur eine Mumien ich dachte hier wäre irgendwo noch ein Schaltergrad gewesen Essenz heilender Kraft ok man sieht schon die Speer die machen nicht so viel Schaden vielleicht ein Sechstel oder ein Achtel die Org Jäger machen ja dafür ein Viertel äh ein Viertel unserer Lebensenergie ziehen die uns ab an Schaden und da gibt es dann noch die Org Schaman und die Org Krieger und die knüppeln auch noch richtig viel Schaden rein also da ist es echt schon langsam aber sicher vorsichtig sein wenn man es mit so einem Monstrum zu tun hat sag ich jetzt einfach mal ok Org Speer hat nichts da ist der Templer Kraut, Münze, Wurzelsuppe und ein Kampfschwert da hinten ist ein Org aber den lasse ich mal Org sein es sei denn der kommt jetzt auf mich zugestürmt und dann suchen wir mal hier weiter noch mehr Mumien Halleluja ok nix drin und hier auch nix drin entweder ich hab die schon ausgenommen und weiß es grad nicht ne oder hier wär noch was gewesen es ist ja auch ein bisschen verwirrend hmm da war ich ja schon oh oh da ist der nächste Templer gestorben der da seinen Ruhengang macht der da seinen Ruhengang macht soviel zum Thema die kommen mit den Orgs klar so hier oben geht es allerdings noch weiter und hier auch noch schauen wir mal Jo Tränke immer her damit ich kann Tränke gut gebrauchen vor allem im späteren Spielverlauf werden wir äh brauchen wir fast keine Nahrung mehr weil die äh gar nix mehr hergeben da brauchen wir eher Tränke wie die Weltmeister so so komm ich hier ran das würde eigentlich sogar gehen das würde eigentlich sogar gehen ich würde da rankommen oh oh halt da ist ein Schalter also manche Sachen übersieht man da echt ich glaube jetzt was hat sich jetzt geöffnet oder hat sich was geschlossen ne das Ding ist offen noch immer was hat sich geöffnet boah ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ach ich glaube hier au au hier waren glaube ich Löcher ich glaube die sind jetzt zugegangen mit 100%iger Sicherheit kann ich es nicht sagen ich meine aber hier waren Löcher und ist man da reingeflogen war man tot ne Waffen hier Nahrung Brot komm gebranntes Fleisch davon haben wir reichlich Alter dass der Protagonist hier noch nicht platzen müsste vor lauter Essen Höllenpilz oh da wird fleißig gekämpft Höllenpilz Sklavenbrot Höllenpilz und ein toter Templer so nehmen wir auch mal alles mit Alter schon wieder ein Kampfschwert oder Krieg Kriegschwert sogar aber unser Furchtbringer den wir ja von Bullet abgestaubt haben oh da fällt mir gerade ein ich speichere mal besser der ist ja viel besser weil jetzt hätte ich fast das speichern vergessen um Himmels Willen dann wäre aber was los gewesen dann hätte ich aber abgekotzt Nachtschatten Mondschatten ja wir kommen wir gleich Nachtschatten Höllenpilz Ach du scheiße Ach du scheiße so dann helfen wir mal die sind mit den herrn ich glaube das ist sogar ball Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Okay, er hat uns angesprochen. Jetzt dürfen wir auch ihn ansprechen. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt. Und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ja, wir müssen das Wort in Ork loswerden. Halleluja. Groschwarok. Orkspäer, Orkspäer. Ein Templer. So. Da reden wir ihm gleich alles... Besprechen wir gleich alles mit ihm. Erstmal hier die ganzen Sachen einsacken. Wie viele Orks haben wir bisher getötet? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn... Vierzehn, fünfzehn, sechs, fünfzehn Orks also. Okay, hier scheint irgendwas grafisch nicht zu stimmen. Ich denke mal, da schleicht sich mal wieder der Fehler ein, wenn ich Gothic beende. Na ja, da wollen wir mal.